Ja hallo, herzlich willkommen bei HIZ im Video auf HeinzSchmitz.org. Sie haben gerade gesehen, wie aus einem Pseudocomic ein Livebild wird. Und genau so was ist heute unser Thema. Und zwar haben wir eine Bildbearbeitungssoftware da, die von unseren Freunden aus Russland, von Akvis kommt, die sich mit sowas beschäftigt. Und zwar Akvis ist ja bekannt für ihre Bildbearbeitungssache. Das hier ist die Webseite und zwar die Webseite von Artworks. Das ist das Programm, mit dem ich mich heute ein wenig befassen will. Das ist in der Lage aus einem Bild, aus einem Foto, aus einem JPEG oder PNG oder sonst irgendwas Bilder zu machen, die ähnlich aussehen wie ein Aquarell, wie ein Ölgemälde oder eben wie ein Comic. Wir schauen uns das vielleicht mal an. Hier, das ist die Benutzer-Underfläche, so wie man sie von Akvis gewohnt ist. Wir haben hier die eigentliche Bearbeitungsfläche und auf der rechten Seite sind Feineinstellungen. Und was vielleicht noch viel wichtiger ist, da sind unten die Voreinstellungen, die man machen kann. Mit diesem Comic, das zeige ich Ihnen mal. Ich nehme mal ein Bild, ziehe das hier rüber. So, den kennen Sie nicht, das bin ich. Und jetzt kann ich sagen, was ich machen möchte. Ich möchte gerne ein Comic machen und sage einfach, dann starte doch mal. Sie sehen hier in der Mitte ein kleines Rechteck. Da wird schon mal ausgerechnet, wie das Bild hinterher aussehen soll. Und zwar wird die kleinere Bereich genommen, den man verschieben kann, damit man schon mal einen Eindruck davon hat. So, und jetzt sage ich, du sollst das mal durchrechnen. Und schon sehen wir, dass aus diesem Bild jetzt nun, Sie sehen auch den Bildaufbau, also erst nimmt er die Hintergründe, die Hintergrundfarben. Das ist so etwas ähnliches wie Posterize. Und dann versucht er die Konturen zu finden und zeichnet die ein. Und schon sieht es fast aus wie ein Comic. Man kann es auch vereinfachen, wenn es wie ein Plakat aussehen soll. Dann fallen die Kanten, werden dann nicht mehr so stark, wie sie waren. Es gibt noch einen Effekt dabei, der auch ganz lustig ist. Lassen wir das mal so, wie es war. Da kann man wieder Daten, da muss man erst noch mal rechnen, da kann man Daten retten. Zurück in Ursprungszustand, der Protokollpinsel, so nennt sich das. Wenn ich zum Beispiel mein Gesicht hier wieder natürlich haben will, dann gehe ich da drüber und lösche aus diesem Bereich den Effekt, den berechneten Effekt weg. Ich, ups, das war jetzt, ist nicht sehr sorgfältig so. Und jetzt sieht man ungefähr, wie das Gesicht ursprünglich aussieht. Also so, das sehen wir gleich noch mal, wie in einem bearbeiteten Bild etwas anders ist. Es gehen natürlich auch andere Effekte. Ich suche mal was raus. Und zwar nehmen wir mal hier schön ein kitschiges Bild. Die Änderung wollen wir nicht speichern. Das ist aus dem, irgendwo im Allgäu, glaube ich. Und da möchte ich gerne ein Ölbild draus machen. So, ich stelle das mal ein. Und zwar heißt das Intensive Oil, der Effekt. Und hier sieht man schon in dem Mittelteil, dass sich ein bisschen was ändern wird. Ich lasse es mal rechnen. Das dauert einen Moment. Und zwar sieht man da auch, wie die Effekte aufgebaut werden. Er fängt also an und legt hier im Prinzip Pinselstriche an, die wie Ölfarben aussehen. Und schon haben wir hier ein einfaches Ölgemälde. Vielleicht wollen wir noch etwas damit machen. Vielleicht noch eine Leinwand hinterlegen. Wollen wir mal schauen. Ziemlich grobe Leinwand. Die hier, die ist gut. Na, die sieht man noch besser. So, und eventuell wollen wir noch einen kitschigen Rahmen dazu packen. Da nehmen wir mal den hier. Und schon haben wir ein Pseudo-Ölgemälde, dass man in dieser ganzen Pracht an die Wand hängen könnte. Sehr einfach zu machen. Es geht auch noch ein bisschen, ich muss erst mal die Bilder wiederfinden, es geht auch ein bisschen brutaler noch. Wenn man das hier nimmt, das ist auch so eins. Hier unten sieht man die Voreinstellung. So, und wenn ich das jetzt nochmal durchrechnen lasse, dann sieht man einen etwas anderen Stil. Und zwar gibt es verschiedene voreingestellte Stile, die man auswählen kann. Und es gibt dazu dann noch die Feineinstellungen hier am rechten Rand. Die kann ich Ihnen gleich mal zeigen. Sehe noch hier wieder die Pinselstriche, die ausgeführt werden. Diese Zwischenstadien übrigens, die kann man sich auch einzeln abspeichern. Da muss man ein bisschen tricksen. Da gibt es im Tutorial einen recht guten Hinweis zu. So, und wenn wir das dann soweit haben, das dauert jetzt einen Moment. Mein Rechner ist so auch nicht der schnellste. Aber wenn Sie bedenken, wie lange es dauert, ein Ölgemälde zu erstellen, dann geht das noch relativ schnell. Und wenn man einen richtig schnellen Rechner hat, geht es natürlich noch besser. Also hier sind die einzelnen Stadien, wie aus dem Foto, wie die Analyse-Software, die dahinter ist, aus dem Foto versucht, ein Ölgemälde zu machen. Und ich finde jetzt hier, das sieht bei dem recht gut aus. Das sieht wirklich so ein bisschen wie ein grob, mit einem groben Pinselstrich gemaltes Öl, ist ja auch, soll ja Ölgemälde sein, aus. So, da ist es fertig und schon haben wir wieder ein neues Kunstwerk geschaffen. Es gibt natürlich auch andere Sachen. Bleiben wir noch mal bei Landschaftsaufnahmen. Na, ich muss erst mal meinen Cursor wieder suchen. Das ist das Problem, wenn man mit zwei Bildschirmen arbeitet. So, ich kann zum Beispiel auch etwas sagen, das soll jetzt kein Ölgemälde werden, das ist auch so eine Landschaftsaufnahme. Ich möchte gerne hier draus mal ein Aquarell machen. Und das Aquarell, da gibt es dann auch wieder verschiedene Arten, verschiedene Voreinstellungen. Wenn wir uns das mal hier unten ansehen. Na, komm. Da gibt es also hier unten immer ein kleines Musterbild, an dem kann man sich ungefähr vorstellen, wie es aussehen soll. Hat man das denn ausgewählt? Dann rechnet er es zunächst mal auf das Rechteck, das er anzeigt in der Mitte an. Die Größe dieses Rechtecks kann man übrigens auch einstellen. Das könnte man auch zum ganzen Bild machen. Allerdings würde es dann länger dauern. Wie, was nehmen wir mal, den hier. Der sieht doch ganz gut aus. Und schon kann ich mir jetzt aus diesem Foto, das irgendwo in den Bergen aufgenommen wurde, ein Aquarell machen lassen. Das sieht doch schon dann ein wenig besser aus. Es gibt natürlich auch andere Effekte, die man machen kann, die vielleicht auch ganz lustig aussehen, wenn man zum Beispiel einen Linol-Schnitt machen will. Sie kennen das vielleicht noch aus der Schule. Da wurde dann ein Stück Linol genommen und da wurde mit so einem Speitel da reingestochen und hinterher konnte man das dann drucken. Wir lassen das mal machen. Also hier ist eine Kuh, die wird jetzt in Linolium verewigt. Was man hier dann schön sehen könnte an diesem Bild, wenn es dann mal fertig ist, das ist also dieser Linol-Schnitt. Ein sehr feiner Linol-Schnitt wäre das. Da müsste man einem sehr feinen Pinsel ran. Aber auch hier kann man wieder den Protokollpinsel nehmen. Ich will zum Beispiel, wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit hat, sieht es natürlich sauberer aus. Ich möchte zum Beispiel hier die Glocke der Kuh, das war also vor einem Almabtrieb. Ich möchte also gerne die Glocke der Kuh und das Halsband, das sie trägt. Das war, glaube ich, die Chefin bei dem Abtrieb. Die möchte ich gerne in natürlichen Farben haben. Und siehe da, jetzt haben wir hier im mittleren Bereich wieder ein natürliches Bild, das eigentliche Hintergrundbild. Und dann gibt es eine Technik, die etwas komplizierter ist. Da wollen wir mal schauen, ob wir die hinkriegen. Die heißt Gauche. So, das ist die hier. Und die kann ich mal durchrechnen lassen. Das ist eine Maltechnik, da wird mit relativ groben Pigmenten mit dem Pinsel, wird das auf die Leinwand aufgetragen. Und dadurch kommt eine ganz besondere Struktur dann zustande. Hier zwischendurch sieht es dann aus wie eine Bleistiftzeichnung. Aber das wird dann hinterher ein sehr schönes Bild. Das ist hier so ein Feuerfisch. Den habe ich mal in Ägypten beim Tauchen fotografiert mit einer ganz einfachen kleinen Kamera. Unter Wasser Kamera. Aber wenn man das hinterher bearbeitet, sieht es doch wesentlich besser aus. Es sieht dann doch schon eher wie ein Gemälde oder wie ein Kunstwerk aus. Und was haben wir noch? Ja, das gibt es noch diese Tinten. Als ob man das mit einem Tintenstift malt. Ich habe hier mal wieder ein... Naja, das sieht jetzt nicht aus. So wie eine Tintenzeichnung vielleicht. Auch hier gibt es wieder verschiedene Voreinstellungen. Der hier hat mir am besten gefallen, der Pinsketch. Und wenn ich das laufen lasse, dann wird dann hier das Bild so umgewandelt, als ob ich mit einer Tuschefeder gezeichnet worden wäre. Ob einem das gefällt oder nicht, ist egal. Der Effekt wird vielleicht hier... Hier kann man vielleicht am ehesten noch mit diesem sogenannten Protokollpinsel arbeiten. Wenn man zum Beispiel... Ich mache das jetzt hier mal für das Auge. Wenn man zum Beispiel das Auge hier natürlich lassen will. Oder auch die Brille. So. Man könnte natürlich auch den ganzen Mund noch dann natürlich machen. Das ist sowieso, wenn man in Comic umwandelt, immer so ein ganz kleines Problem. Die Comicfiguren haben nicht umsonst immer fast keine Lippen, immer nur einen Strich. Denn diese automatischen Algorithmen, die können das nicht so gut. Wenn wir das jetzt nicht mehr wollen, dann können wir es wieder rückgängig machen. Und schon bin ich als Bleistiftzeichnung zu sehen. Was er auch kann, oder was vielleicht auch als Poster recht nett aussieht. Ich habe hier mal das Schloss Homburg fotografiert. Das ist also ein Schloss bei uns in der Nähe. Und das kann man eben, wenn man das als Comic und dann als Poster rechnen lässt, dann sieht es recht gut aus. Vor allen Dingen hier kann man mit dem Protokollpinsel Details rausholen, die man als wichtig erachtet. Und lässt die anderen einfach in dieser stilistischen Zeichnung da. Denn hier zum Beispiel der Turm. Den könnte man jetzt hier rausholen. Ich muss mal den Pinsel anwählen. So, und nehme jetzt den Turm und wähle ihn wieder an. Oder nehme hier diese Tordurchfahrt, weil ich die sehen möchte. Und mache die wieder in das ursprüngliche Bild. Also hier wird das, was gerechnet wurde, dann wieder überdeckt durch das Originalbild. Und wenn man sich das Original dann mal vergleicht, das ist also das Original. Der Turm ist geblieben, das hier unten bleibt auch. Und das ist eben, man könnte dann auch, da vorne stehen Briefkästen, die könnte man auch wieder machen, damit der Postquote die eventuell wiederfindet. Was wir auch noch machen können, oder was auch ganz schön in Pastell aussieht zum Beispiel, ist hier diese Schildkröte, die ich mal unter Wasser fotografiert habe. Das war, soviel ich weiß, auch in Ägypten. Also die nehmen wir mal als Aquarell. Oder, ja, nehmen wir als Pastell. Entschuldigung, da haben wir es. Das ist eine besondere Maltechnik. Die nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch, wie ihr es hat. Das ist also, als ob man es wirklich wie ein Bild mit Wasser, wie ein Aquarell gemalt hätte. Was zudem noch geht hier, das sind also, das sieht doch sehr schön aus, wenn die Zeichnung aufgebaut wird. Was man auch noch machen kann, ist, man ist also nicht auf JPEG, TIFF oder PNG oder sowas angewiesen. Man kann auch RAW-Fotos reinladen. Ich habe hier, hier sehen Sie, das ist also jetzt denn das Pastell. Da gibt es auch dann wieder verschiedene Modi, die man machen kann, die teilweise allerdings, ich will das mal versuchen, vielleicht schafft man das noch, die allerdings teilweise sehr, sehr lange in der Berechnung brauchen, weil das ein sehr komplizierter Algorithmus ist. Und wie gesagt, mein Rechner ist nicht der schnellste. Da muss man eben einfach mit leben, dass man da nicht so schnell zurechtkommt, wie es sein soll. Und gut, man sieht jetzt hier den Unterschied nicht groß. Also das war es mal. Aber ich sagte, man kann auch mit RAW-Fotos arbeiten. Ich habe hier von meiner guten Freundin Annette Gambani aus München ein Foto bekommen. Das ist ein Wildtier in Afrika. Ein Leopard dürfte es sein. Ein Gepard ist das. Und auch den kann man bearbeiten. Aus dem kann ich denn zum Beispiel, gut, Pastell ist nicht. Ich könnte aus dem jetzt auch ein Ölgemälde machen. Wollen wir mal schauen, wie das denn aussieht hier im Gesicht. Ja, das gibt da schon mal ein schönes Ölgemälde, das man machen könnte. Und wollen wir mal schauen. Ich brauche also nicht vorher in ein JPEG umzuwandeln, sondern nimm mir das RAW-Foto, zieh es rein, lass es durchrechnen. Und wenn er dann irgendwann mal fertig wird, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern, weil das ein sehr großes Foto ist mit einer sehr großen Auflösung. Und hier der kleine Rechner hat eben dann so seine Probleme, das in einer einigermaßen Zeit hinzubekommen. Und weil, wie gesagt, das Bild sehr groß ist und der Algorithmus dahinter ist doch sehr schwarz, sehr stark. Und jetzt wird man gleich sehen, wie denn so langsam aus dem eigentlichen Foto, das in Zeile zerlegt worden ist, in Striche zerlegt worden ist, ein Ölgemälde eines Wildtieres in Afrika entstehen kann. Also, Bildbearbeitung, wie mache ich aus einem Foto ein Bild, das ich mir eventuell an die Wand hängen will, das denn besonders schön aussehen soll, dekorativ aussehen soll. Und man muss ja bedenken, Konrad Zuse zum Beispiel hat ja, während er in der Schweiz im Exil war, mit Bildern, mit Malerei seinen Lebensunterhalt verdient, nicht mit Computer bauen. Mit sowas hätte er denn auch das automatisieren können, aber eine echte Malerei ist doch noch was anderes, denn da spielt ja das Auge des Künstlers auch eine Rolle. Hier wird nach mathematischen Algorithmen ein Foto umgerechnet in einen Malstil. Wenn Sie selber malen, haben Sie ja auch, denn sieht das Auge ja was anderes. Und Sie interpretieren das, was Sie sehen und das malen Sie auch. Das kann die Software natürlich nicht leisten. Trotzdem, es ist eine wunderschöne Sache, wenn man mal aus einem Foto etwas anderes darstellen will, einen anderen Stil darstellen will. Das ist eben dieses Aquis Artworks, das mittlerweile in der Version 10 vorliegt. Und das Spielen damit hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Einen wunderschönen Tag noch. Und auf Wiedersehen bald hier auf Heinz-Schmitz.org. Und jetzt werde ich wieder zum Comic.